Was? Okay, ich hab nicht gemerkt, weil ich runtergefallen bin, aber wenigstens hab ich keinen Schaden genommen. So, ja, blaues Sperma. Blaues Sperren. So, ja, äh, äh, hilfst du uns mal? Au, du hast uns geholfen. Okay, alles klar. Ja, nimm Schaden, nimm Schaden, nimm Schaden, nimm Schaden, nimm Schaden. D-d-d-d-d-d, alles drauf. Ich feier alles drauf, was ich aufbringen kann. Okay, gut, 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 gut. Das fängt gut an. Vielleicht, ich glaub, ich kann ihn diesmal schaffen. So. Ja, und, feier, 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 feier. Alles drauf, was ich hab, ich darf, nein, Level down, scheiße. Okay, Level up, gut, 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 Feuer drauf, Feuer drauf. Gut, ich kann mich halt nicht so viel mit den Raketen machen, weil ich einfach nicht so viele Raketen habe. Das ist halt ein großes Problem. Aber ich kann, welcher aufsammeln, kann ich gleich damit feuern. Ich darf mich, ah, nein, das ist blöd, wenn ich hier unten festhänge. Weil, wie soll ich das, wie soll ich zum Ausweichen, Leute? Hm, ja, genau, und ich nehme natürlich wieder mehr Schaden, toll. Das fing so gut an. Und dann, diese, diese blöden, riesigen Schüsse nicht wären, die 20 Schaden machen. Wäre das alles kein Problem, dann würde ich den so geil fertig machen können. Aber nein, warum sollten, sollte Pixel uns doch auch, bläh, warum sollte Pixel uns das einfacher machen? Und jetzt haben wir nur noch ein Leben, toll. Äh, ja, genau, ich bin tot, super. Äh, na toll, und ich bin mal wieder hier, super. Wunderbar, es macht so viel Spaß. Also, ja, es macht eigentlich Spaß, aber, hm, ich wünschte, ich könnte diese Stelle überspringen. Äh, ich kann noch nicht mal, ich hab versucht, mir das, ja, alles aufzumachen, das Salz und dann nochmal durch die Tür zu gehen, äh, um zu speichern. Aber, okay, jetzt, jetzt geht sie noch auf, aber wenn ich dann das letzte Tor aufgemacht hab, geht sie nicht mehr auf die Tür. Das heißt, äh, ich kann nicht mal speichern und dann einfach hier reingehen und direkt in den Bosskampf reingehen. Nein, ich muss erst den ganzen Mist davor nochmal machen. Äh, ja, ich weiß, ich muss runtergehen, beziehungsweise, Entschuldigung, erst den Lift aktivieren. Äh, ja, geh runter. Äh, und ich würde wirklich gerne weitermachen, also wir sind jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Wenn mich jetzt noch die, ich weiß jetzt nicht wie lange, ähm, Sacred Grounds sind, also, ich glaub, man kriegt, äh, auf dem Hauptbildschirm, wenn man die Sacred Grounds innerhalb von 6 Minuten schafft, noch einen besonderen Charakter zu sehen. Und dafür gibt's auch ein bestimmtes Item, aber mit Sacred Grounds und der, äh, letzten Höhle, in der dann, die dann noch stärker, schwerer ist, wenn ich mit dem Boost, würde ich, äh, mit, äh, den Sachen reingehe, die ich für das beste Ende brauche. Dann ändert sich die letzte Höhle nochmal ein bisschen, wird noch etwas schwerer und dementsprechend sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte, würde ich mal schätzen. Ich weiß nicht genau, aber kommt gut hin, also bei der Hälfte oder über die Hälfte schon hinaus. Und, das ist einfach doof, ich will jetzt weiterkommen, Mann. Ah, ja, wir sind wieder hier drin, toll, ne? Vor allem die Architektur ist so bewundernswert, ne? Wer hat sich das bloß ausgedacht? So, gib mir das Abschleppsaal. Ja, ja, bitte gib's mir. Kann ich nicht einfach eine Bombe an dem Ding platzieren und es in die Luft jagen und dann mit Curly reden? Oh, muss es unbedingt andersrum sein? Mann. Na gut, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, dass da eine Gefahr von ausgeht und dass der Kern uns umbringen will. Warum auch immer. Aber, ja, sieh nur, es ist ein Soldat von der Oberfläche und wir sind hier überhaupt nicht Soldaten von der Oberfläche. Äh. Ja, er blinkt und er sagt, wir sollen uns zurückziehen und macht die Tür zu. Bzw. die Tür geht automatisch zu und er stirbt. Ja, toll. Wunderbar. Ja, fallen natürlich direkt wieder runter, ist klar. Damit du ihn auch gar nicht treffen kannst. Mh. Sorry, Leute, ich bin jetzt ein wenig leiser. Ich möchte das wirklich endlich mal schaffen. Nimm. Stirb. Lass dein Auge offen. Ja, lass es offen halt. Mann. Ja, ich muss einfach versuchen, den Schissen aufs... Ja, toll, ja, genau, gut, das immerhin. So, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Ah, nein, nicht so. Du sollst Schaden nehmen. Weißt du, was Schaden ist? Schaden, nicht Schaden, nein, Schaden. Weil den Unterschied überhaupt hören kann auf YouTube. Ich denke, jetzt kommen die, ja, jetzt kommen die Starkenschüsse und ich kann die natürlich wieder nicht ausweichen. Weil er uns hier an die Wand drückt. Ja, genau, 20 Schaden, Level Down, klar. Ja, und ich bin immer wieder tot, ja, ist klar hier, ey. Das macht keinen Spaß. So, und ich darf den ganzen Mist nochmal machen, ey. Weißt du, wenn es jetzt nur der Bosskampf wäre, dann wäre es ja noch eine Sache. Aber jedes Mal den verdammten Dreck hier machen zu müssen, das nervt einfach. Das ist, äh. Das heißt, er kann sich nicht wirklich auf den Bosskampf konzentrieren. Geh auf, los. Ja, komm. Ich kann mich nicht bewegen, während die Curly da läuft. So, spring, spring nochmal. Ja, Lift senken, bitte. Ja, schneller. Danke. Ja, ich weiß, dass der Lift unten ist. Ich hab's gesehen. Danke, Spiel. Du musst mir das nicht noch extra sagen. Ich bin intelligent genug, um das feststellen zu können. Danke. Also, sorry, Leute, dass ich jetzt so demotiviert bin, aber es ist einfach blöd. Ja, geh auf, los. Kann ich jetzt bitte einfach durch die Decke? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich muss den ganzen Umweg wieder zurückgehen. Ja, ja, bla, bla. Kann ich jetzt vielleicht noch zurück? Ja, ich kann jetzt noch zurück. Immerhin, okay. Ähm. Dann speichere ich jetzt. Dann wird das wenigstens einiges erleichtern. Dann kann ich direkt durch und mir das Seil holen. Dann wird wenigstens ein wenig Frust nicht mehr da sein. Vielleicht schaff ich das ja auch direkt jetzt. Das wäre natürlich perfekt. Aber ich mach immer eine gute Figur, bis die dicken Schüsse kommen. Und weil er immer vorher mich irgendwie in die Wand drückt, kann ich den auch nicht vernünftig ausweichen. Weil es, also zwei ging ja noch. Aber der dritte, der dritte, der trifft mich immer. Ah, ja. Abschlechseil, wissen wir. Bla, bla. Tolle alte Melodie bringt uns jetzt noch nichts. Äh. Äh. Ha. Ich meine mich zu erinnern, dass ich beim ersten, natürlich begangen von dem Spiel, genau bei diesem Boss auch hing. Ja. Ja. Ich will endlich besser werden. Ich will bessere Items haben. Stärkere Items. Ja. Bla, bla. Und. Ja, vielleicht stimmt's gut. Hier runter. Ja, danke. Lass dich treffen. Ja, genau. Lass dich treffen. Ey. Und fall runter. Mh. 26. Ja. Genau. Und jetzt treff uns noch ein paar Mal. Damit wir uns dann so zwei Mal treffen. Dann haben wir wieder sechs Schaden weniger. Äh, sechs, sieben weniger. Und dann, genau. Heb das Wasser an, wenn wir gerade Luft brauchen. Und dann schießt doch noch zwei von den großen Schiffen auf uns. Und dann sind wir direkt wieder tot. Ja. Macht doch Spaß so. Aber wenigstens hilft uns Kölny ein bisschen. Aber ich glaube, das macht überhaupt nicht mal Schaden. Ja, Leben. Gut. Ich versuche jetzt erstmal mich hier ordentlich... Ey. Das ist ein FTT. Ich nehme mehr Schaden, als ich auffüllen kann. Und jetzt baut er nur noch einen von den großen Schüssen, um mich zu töten. So wie ich es vorausgesagt habe. Und ich kann einfach nicht allen Schüssen ausweichen. Das ist unglaublich. Ich komme nicht gegen die Strömung an. Mit dem Waffen mache ich nicht mehr Luftschaden. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ey, Leute. Es hat gerade keinen Zweck mehr. Tut mir leid. Ich mache einen Schnitt. Ich muss es später nochmal versuchen. Jetzt hat es keinen Zweck. Tut mir leid. Bis später. Dann mache ich es später. Dann